Moin meine Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Resource Pack erstellen. Wir zeichnen heute das Rindfleisch, denn bei der letzten Abstimmung hat das auf jeden Fall gewonnen. Und wir werden das Ganze auch mit einer Rauchanimation machen, da das Rindfleisch natürlich heiß ist. Und dazu gehen wir in Assets, Minecraft, Textures, Items und hier gibt es dann ein Item namens Beef Cooked. Und das rohe Fleisch müssen wir wahrscheinlich auch noch machen. Aber ich werde jetzt einfach mal das gebratene Rindfleisch mit Paint.net öffnen. So, dann ziehe ich das schnell hier rüber und huch, ah ok, gut. Dann radiere ich das mal komplett aus, ich mache einfach mal den Pinsel auf 80 oder so, 90. Und dann könnten wir eigentlich schon das Rindfleisch zeichnen, wobei wir eigentlich direkt eigentlich schon mal eine Farbe raussuchen könnten. Ok, wir müssen auf jeden Fall in den braunen Bereich gehen, das heißt ungefähr hier so. Das ist ungefähr, sollte eigentlich passen. Und dann müssen wir einfach eine perfekte dunkle Farbe auf jeden Fall raussuchen. Heißt ungefähr so. Und vielleicht noch ein bisschen grau machen. Wobei, es soll auf jeden Fall ein ziemlich dunkles Braun sein. Passt das? Vielleicht noch ein bisschen heller. Ok, dann lasse ich es lieber auf 26. Ok, gut. Die Farbe sollte ungefähr passen und dann werde ich damit jetzt praktisch einfach das Schweinefleisch zeichnen. Ok, da beginne ich auf jeden Fall nicht. Und wir müssen dann auf jeden Fall noch gucken, dass wir hier oben links einen Platz freilassen für den Rauch auf jeden Fall. Weil wir wollen hier eine Animation anbauen. So, ok. Bedeutet ungefähr die Höhe und dann müssen wir eigentlich schon wieder nach rechts gehen. Wobei das vielleicht ein bisschen eine starke Kurve ist. Na egal. Mal gucken. Und hier müssen wir dann auf jeden Fall wieder nach unten gehen. So ungefähr. Und von hier oben dann noch rauf. Wobei das hier eigentlich nicht so gut passt. Dann mache ich es lieber so. Ja, ok. Oder passt das lieber besser? Ne. Ok, dann lasse ich es lieber so. Gut, also hier noch ein Pixel und dann wäre die Grundstruktur eigentlich schon fertig. Und wir brauchen dann wahrscheinlich noch irgend so Linien, die was von links nach rechts unten zeigen. Denn es gibt da, glaube ich, so gut wie jeden Steak, der gegrillt ist, dann so dunklere Linien, das, was halt auf dem Gitter gelegen ist. Sieht vielleicht nicht schlecht aus. Wir werden es auf jeden Fall machen. Heißt ungefähr so. Kann man sich das ungefähr vorstellen. Ich zeichne jetzt einfach mal irgendwelche Linien. Hier nach unten. Und dann verbinden wir das hier eben. Und hier können wir auch noch nach, hupch, rechts zeichnen. So. Sieht ja eigentlich schon mal nicht schlecht aus. Und das müssen wir jetzt natürlich noch färben. Ok, dann würde ich sagen, machen wir hier oben dann noch eine hellere Linie. Bedeutet, ich stelle es mal ungefähr 37. Ja, sollte eigentlich passen. Bedeutet, hier oben ist es auf jeden Fall heller und hier unten ist die Linie dunkler. Das ist bei den normalen Default-Items genauso und deswegen mache ich es hier auch genauso. Und hier unten müssen wir dann auf jeden Fall noch eine dunklere Farbe einbauen. Und hier oben dann ab und zu so eine helle Farbe. Und dann eben die normale Füllung. Denke ich mal, dass das so gut aussehen würde. Okay, jetzt müssten wir vielleicht noch, ich hole mal die dunkle Farbe hier. Und dann könnten wir vielleicht die Linie hier noch ein bisschen heller machen. Bedeutet ungefähr 31. Ja, sollte passen. Dass das hier in der Mitte einfach ein bisschen heller ist. Ok, dann speichere ich das mal ab. Und jetzt müssten wir irgendeine Farbe für das Innere suchen. Und das Ganze mit den Farben ist natürlich so ein bisschen heikel bei den ganzen Items. Äh, bei dem Steak. Da muss man echt aufpassen, dass man dafür eine Farbe nimmt. Und, okay, ja, rot natürlich eigentlich nicht. Ich möchte auf jeden Fall so eine knackige Farbe auf jeden Fall haben. Wenn man das, also so eine Farbe, die was auf jeden Fall gut aussieht. Wie soll ich das sagen? Keine Ahnung. Aber eigentlich passt die ja schon. Wie sieht das aus? Sieht halt ein bisschen, ich weiß nicht, zu hell oder so. Wobei, ich werde es einfach mal versuchen. Ich werde das jetzt einfach komplett mal mit der Farbe hier füllen. Und dann können wir immer noch gucken, ob die gut aussieht oder nicht. Vielleicht ist die aber auch ein bisschen heller. Aber das sieht jetzt ein bisschen komisch noch aus, weil noch nicht mehrere Farben eingebaut wurden. Okay, so, und dann hier oben noch. Ja gut, so würde es nicht schlecht aussehen, aber das passt einfach noch überhaupt nicht. Okay, dann nehme ich mir mal die Farbe hier nochmal. Und werde einfach mal das so ein bisschen grauer machen. Und hier auf jeden Fall die Farbe. Die ist eigentlich auch noch viel zu dunkel. So, und dann vielleicht hier noch. Zack, okay. Die würde schon besser aussehen. Was ist, wenn wir die vielleicht noch ein bisschen dunkler machen? Wobei, so sieht es eigentlich nicht schlecht aus. Okay, dann lassen wir das auf jeden Fall so. Und jetzt möchte ich einfach praktisch, dass man bei den oberen Reihen auf jeden Fall so ein paar helle Pixel sieht. Die können wir dann immer noch ändern, wenn die Farbe jetzt nicht passt. Aber die Farben sind beim Steak auf jeden Fall sehr wichtig. Also da kann einiges schief gehen. Also hier oben dann ungefähr irgendwo Pixel setzen. Hier vielleicht noch. Da vielleicht. Und hier unten vielleicht so weiter passt es gut. Und ich würde sagen, hier oben setzen wir noch helle Pixel. Damit das einfach so ein bisschen einen Schatteneffekt bekommt. Und hier unten wären dann dunkle Pixel auf jeden Fall angesagt. Das bedeutet, wir müssen auf jeden Fall den V-Wert runterdrehen. Und vielleicht den S-Wert noch ein bisschen brauner machen. Ungefähr auf 66. Ja, sollte glaube ich passen. Und dann machen wir dasselbe, wie wir das hier oben gemacht haben, eben hier noch. Aber allerdings nicht so viel. Ungefähr so. Ja, sollte eigentlich passen. Okay, das mache ich lieber nochmal weg. Okay. Sieht, glaube ich, schon mal nicht schlecht aus, oder? Okay, und jetzt müssen wir auf jeden Fall hier noch ein paar mehr Farben einbauen. Bedeutet, wir machen einfach... Wir nehmen einfach die Farbe hier nochmal und setzen irgendwo ein paar hellere Pixel ein. Damit das eben ein paar mehr Farben bekommt. Und damit es knackig aussieht, wenn man das so sagen kann. Dann vielleicht noch ein paar dunklere. Okay, das sind viel zu dunkel eigentlich. 43. 44 passt eigentlich auch noch nicht. 44 passt da schon eher. Okay, und die kommen dann einfach hier... Hier hin, irgendwo hin auf jeden Fall. Zack. Und hier noch. Und dann sieht das auf jeden Fall schon besser aus. Okay, und dann könnten wir vielleicht noch die Pixel hier ein bisschen dunkler machen. Wie sieht das aus, wenn wir einfach nur die hier dunkler machen und nicht die hier oben? Passt nicht so gut zusammen. Nee, können wir auf jeden Fall nicht so lassen. Und vielleicht... Nee, okay. Lassen wir einfach so. Gut. Ich glaube, der Steak würde eigentlich so passen. Den könnten wir eigentlich gleich mal im Spiel angucken. Bedeutet, wir speichern den mal und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich im Spiel. So, jetzt bin ich im Spiel und ich habe mir einfach mal hier so ein Steak in einen Bilderrahmen gemacht. Und das sieht eigentlich schon mal nicht schlecht aus. Und wenn man den dann in der Hand hält, kann man den einfach lassen. Der sieht richtig nice aus eigentlich. So, dann fehlen wir uns jetzt eigentlich nur mit der Animation und das rohe Rindfleisch. Und ich würde sagen, das werden wir jetzt dann auch gleich machen. Okay, dann wäre das hier auf jeden Fall jetzt schon fertig. Machen wir zuerst das rohe Fleisch oder zuerst die Animation. Ich würde sagen, wir machen zuerst die Animation. Bedeutet, wir machen einfach mal ein neues Bild. Und da wir 16 Pixel haben, müssen wir bei der Breite auf jeden Fall 16 Pixel einstellen. Und dann dementsprechend, wie viele Bilder wir pro Sekunde... Nee, nicht pro Sekunde, wie viele Bilder wir haben wollen, müssen wir dann 16 mal den Bild dann multiplizieren. Und ich würde sagen, wir nehmen einfach mal... Ich schätze mal, dass wir ungefähr 8 Bilder brauchen. Bedeutet, 16 mal 8 wäre dann 128. Und dann radieren wir einfach mal den weißen Bereich hier aus. Oder müssen wir eigentlich noch gar nicht. Egal, dann kopiere ich einfach mal hier das mit STRG A, STRG C und füge das beim neuen Bild dann mit STRG V ganz oben ein. Und dann könnten wir theoretisch mit dem Rauch auch gleich beginnen. Und da müssen wir erstmal eine perfekte Farbe finden. Also leider können wir ja keine transparente Farbe verwenden, da die dann im Spiel überhaupt nicht transparent angezeigt wird. Aber wir können auf jeden Fall ein Grau verwenden. Ich würde sagen, wir nehmen auf jeden Fall ein helles Grau. Denn so dunkel ist das auch wieder nicht. Wie zum Beispiel bei Feuer oder so. Das ist auf jeden Fall heller. Das Grau ist ja nur ein Dampf praktisch. Okay, und ich würde sagen, wir machen das auf jeden Fall eher so klein. Und ich würde sagen, dass wir auf jeden Fall das einfarbig machen und dann einfach hier so eine kleine Animation anbauen. Und vielleicht sieht es dann auch noch gut aus, wenn wir Interpolate verwenden bei den Animationsanstellungen später in der MC-Meter-Datei. Aber ich würde das jetzt hier einfach mal kopieren und hier unten einfügen. Wir müssten wirklich gucken, dass wir das genau darunter einfügen, weil sonst haben wir dann einen Fehler später. Und dann würde ich sagen, werden wir den Pixel hier entfernen. Beziehungsweise nicht entfernen, sondern einfach irgendwo anders hinschieben. Ich habe noch nie eine Rauchanimation gemacht. Also so eine... Ja, schon habe ich schon gemacht. Allerdings nicht so eine krasse, wie jetzt wahrscheinlich produziert wird. So, und dann breitet sich das dann praktisch so aus. Kann man das so machen? Aber ich würde es eher sagen, dass wir den Pixel hier noch entfernen. Boah, ich hoffe, dass das dann später gut aussieht. Wenn nicht, haben wir natürlich ein Problem. Okay, dann fügen wir das hier unten nochmal ein. Und dann würde ich sagen, kommt der Pixel hier weg. Huch, upsie, so. Der Pixel wird nach oben geschoben. Moment, ja, stimmt. Den setzen wir nach oben. Und den könnten wir dann eigentlich auch noch einen nach oben setzen. Und der vielleicht hier. Und dass hier unten dann schon wieder ein neuer Rauch entsteht. Okay, ich muss mir das jetzt vorstellen. Also das so, und dann breitet sich das aus hier. Zack. Okay. Ich müsste das eigentlich direkt im Spiel angucken. Und ich würde sagen, das machen wir jetzt auch zwischenzeitlich. Bedeutet, ich werde das hier jetzt einfach mal speichern unter... Textures, Items. Und dann einfach... Ja, ersetzen. Beef cooked. Markieren. Speichern. Datei im Spiel ersetzen. Äh, Datei ersetzen einfach. Und dann müssen wir jetzt einfach schnell eine MCMeter-Datei produzieren. Und das machen wir jetzt einfach schnell. Wobei, wir müssen das jetzt eigentlich gar nicht mit diesem... einen Tool im Internet machen, weil wir haben ja letztens auch eine Animation gemacht vom Portal. Bedeutet, wir müssen einfach nur in den Blocks-Ordner gehen und die alte Portal-Datei kopieren. Weil wir werden wahrscheinlich das genauso machen wie das Portal hier. Zack. Assets, Minecraft, Textures, Items. Und dann kopiere ich die MCMeter-Datei hier rein und werde die umbenennen in... Beef... Das Punkt BNG muss dabei sein, das ist wichtig. Beef unterstrich cooked. Und dann werde ich das mal öffnen. Mit Notepad++. Und dann stimmt das hier Animation Time, würde ich sagen. Eins und Interpolate haben wir eben auch gleich dabei. Würdet ihr das mit dem Tool hier machen, mit dem Tool im Internet, ist übrigens in der Beschreibung verlinkt. Wir müsstet einfach die Anzahl der Bilder eingeben, die Geschwindigkeit und dann bekommt ihr ungefähr das gleiche hier raus. Wenn wir Interpolate haben wollen, müssen wir das extra dazu schreiben. Also bei euch würde das dann so aussehen, wenn ihr wirklich nur Bilder habt, die mit der gleichen Geschwindigkeit, alle mit der gleichen Geschwindigkeit wiedergeben werden. Und dann müsstet ihr, wenn ihr Interpolate haben wollt, einfach ein Beispiel machen. Leertaste und das hier einfügen. Interpolate, Doppelpunkt, True und Interpolate in Anführungszeichen. So, und dann können wir das speichern. Upsi. Und ich glaube, da müssten wir auch dann später gar nichts mehr ändern und dann gucken wir das gleich im Spiel an. Okay, ich mache das trotzdem jetzt einfach mal mit der Frametime auf 3 und weil mir gerade aufgefallen ist, dass das jetzt erst mal zum Testen das viel zu schnell eingestellt ist. Okay, gut. So, jetzt sehen wir das besser. Okay, das ist interessant. Sollte eigentlich nicht so sein, dass der Rauch als Übergang irgendwie so braun ist, wenn man das hier sieht. Das ist natürlich schlecht, aber warum ist das? Okay, ich würde sagen, wir machen das jetzt einfach mal zu Ende und dann können wir das immer noch umstellen mit dem Interpolate. Also, gut, dann machen wir hier weiter. Also, das beginnt hier, breitet sich hier aus und am Ende ist das dann ungefähr hier so. Ein Pixel ist schon weg und jetzt kommt das nächste voran, das nächste Bild. Bedeutet, wir kopieren das nochmal. Strang C, Strang V und dann fügen wir das eben hier unten wieder ein. Okay, so, jetzt kommt der Pixel hier auf jeden Fall, ich würde sagen, einen machen wir hier noch hin. Der andere kommt hier hin und der breitet sich dann hier eben schon wieder aus. Und der Pixel könnte hier hinkommen. Okay, ich schätze mal, dass das ungefähr so passt, dann kopiere ich das nochmal und füge es hier unten wieder ein. Gut, so, jetzt kommen die beiden Pixel hier weg. Der breitet sich aus. Der genauso. Und hier unten entstehen wieder neue. Aber allerdings nicht auf der Höhe, oder? Doch, passt eigentlich. Und ich würde sagen, dass wir den hier vielleicht hier hinsetzen. Und den erst hier hin. Okay, ich glaube, das sollte so passen. Gut, dann speichere ich das mal. Dann nächstes Bild. Moment, habe ich hier eigentlich gerade einen Fehler gemacht? 2, 2. Moment. 81 durch 16. Ne, da habe ich irgendwo einen Fehler gemacht. Irgendwo habe ich einen Pixelfehler gemacht, praktisch. Okay, Moment, einen Test. 16 Pixel, dann haben wir hier. 16 stimmt. Hier auch 16. Genau, hier haben wir einen Pixelfehler gemacht. Hier müssten wir das Bild hier, eine nach oben verschieben. Und jetzt stimmt es wieder. Das war ein schlimmer Fehler. Und der sollte auf jeden Fall nicht mal passieren, weil sonst haben wir später im Spiel eine böse Überraschung, dass da irgendwas nicht mit der Animation klappt eben. So, 16 mal 16. Kopieren wir wieder nach unten. Und zwar diesmal wirklich mit 3 Pixel Abstand von hier oben nach unten. Gut, und dann können wir weitermachen. Okay, so. Also der Pixel hier würde ich sagen, verschiebt sich hier hin. Der kommt weg. Und der kommt hier hin. Und hier unten entsteht wieder ein neuer. Oder auch nicht. Ich würde sagen, eher noch nicht. Zack. Moment. Der Pixel hier breitet sich aus. Ne, warte. Der kommt. Der eine muss sich auf jeden Fall ausbreiten. Das wäre eigentlich der hier. Dann würde ich sagen, kommt der auch noch weg. Und hier unten entsteht ein neuer. Machen wir das komplett anders. Das muss auf jeden Fall auch gut aussehen. Und das entsteht hier. Okay. Oder wir machen es einfach so, dass die Pixel nochmal aufsteigen. Sieht vielleicht noch besser aus. Moment. Der stand jetzt hier. Hier. Und kommt jetzt hier hin. Und der hier oben. Der war hier. Und kommt jetzt hier hin. Und dann kommt nämlich der hier nach oben. Und dann sieht das auf jeden Fall viel besser aus. So, dann kopieren wir das nochmal. Wie viel haben wir noch? Zwei Pixel. Zwei Bilder meine ich. So, da kommt. Das kopieren wir hier hin. Und das letzte Bild. Müssten wir dann auf jeden Fall so machen, dass das mit dem hier oben zusammenpasst. Okay. Bedeutet, wir müssten auf jeden Fall. Lasst mich überlegen. Einen Pixel machen, der was komplett frisch ist. Der kommt jetzt mal weg. Und ich hoffe, man hört auf jeden Fall jetzt nicht den Hubschrauber im Hintergrund. So, und der kommt hier hin. So, und ich würde sagen, dass wir den vielleicht nochmal hier hinschieben. Gut. Und hier entstehen jetzt dann praktisch... Okay, hier müssen wir nochmal gucken auf jeden Fall. Der kommt... Ja, okay, gut. Dann kopiere ich das hier nochmal. Stamm C, Stamm V. Jetzt kommt nämlich der Pixel hier. Hier hin. Hier unten entsteht ein neuer. Und dann sollte das nämlich ganz gut zusammenpassen. Okay. Oder auch nicht. Ich würde sagen, dass wir das so machen. Gut. Und jetzt hoffen wir, dass das gut aussieht. Ja, okay. Das sehen wir auf jeden Fall, dass der Anfang gut aussieht, aber das Ende überhaupt nicht. Bedeutet, wir werden das auf jeden Fall nochmal überarbeiten müssen. Okay. Ich gehe jetzt einfach nochmal von Anfang an durch. Durch. So. Das hier passt. Und das breitet sich hier auch aus. Ich kopiere das nochmal. Ist jetzt praktisch nochmal ein komplett neuer Anfang, weil das passt einfach überhaupt nicht zusammen. Und ich würde sagen, wir machen das hier mal so. Gut. Okay. Jetzt müssen wir überlegen. Der Pixel kommt auf jeden Fall hier nach oben. Und der könnte hier hinkommen. Und der kommt hier hin. So wäre das auf jeden Fall perfekt. Hier entsteht jetzt ein neuer Pixel. Ich kopiere das einfach nochmal hier oben nach unten. Gut. Also. Hier entsteht ein neuer Anfang. Das hier müssen wir bearbeiten. Der geht weiter nach oben. Der geht auch weiter nach oben. Und der auch. Dann kopieren wir das hier nach unten. So. Und dann bearbeiten wir das wieder. Gut. Der Pixel hier geht nach oben. Ich würde sagen, der verschwindet dann. Der steigt einen auf. Und. Moment. Wie heißt denn eigentlich das hier nochmal? Auswahl verschieben. Ausgewählte Pixel verschieben ist M. Und das ist auch M. Ach. Okay. So. Okay. Gut. Und dann können wir das nämlich nehmen. Und das kommt. Hier hin. Oder? Oder sagen wir einfach hier hin. Okay. Gut. So sieht das jetzt soweit gut aus. Oder? Wir testen es einfach mal aus. Okay. Das kann man jetzt überhaupt noch nicht gut erkennen. Gut. Machen wir einfach mal weiter. Also. Die Pixel hier stimmen auf jeden Fall. Das sehe ich. Dass der hier verschwindet. Und ich würde sagen, den kopieren wir doch nochmal einen nach hier hin. Gut. Und der steigt auf. Hier entsteht ein neuer. Gut. Dann kopieren wir den Teil hier nach unten. So. Das hier wird gelöscht. Und der hier verschwindet komplett. Der Pixel steigt auf. Genauso wie der Pixel. Der was sich in zwei teilt. Oder wir machen einfach mal das so. Und das kommt hier hin. Und der Pixel verschiebt sich auch nach oben. Wobei. Das sieht das wirklich so besser aus. Glaube ich. Ne. Das sieht glaube ich überhaupt nicht gut aus. Moment. Wie war das jetzt? Ich mache das mal so. Okay. Gut. Gut. Das hier oben stimmt auf jeden Fall. Und der Pixel hier wird noch oben verschoben. Eigentlich beide. Gut. Und der könnte zu Seite rücken. Okay. So. Jetzt muss ich überlegen. Also. Das hier passt alles. Hier entsteht diesmal kein neuer Pixel. Und dann kopieren wir das wieder nach unten. Wie viele Bilder haben wir noch? Einige. Okay. So. Jetzt wird der nämlich ausgelöscht. Und der Pixel steigt auf. Zur Seite vielleicht auch noch. Moment. So. Und der Pixel kommt hier hin. Ist das korrekt? Eins. Zwo. Hier waren die beiden Pixel. Die sind aufgestiegen. Alles klar. Gut. Und hier unten entsteht auf jeden Fall wieder. Steht auf jeden Fall ein neuer. Entsteht auf jeden Fall ein neuer. So wollte ich es sagen. Gut. Dann kopieren wir das wieder nach unten. Und jetzt müssen wir schon überlegen. Und jetzt müssen wir schon überlegen, dass wir dann langsam hier wieder in den Bereich hinkommen. Okay. Wo war ich gerade? Hier war ich, ne? Ja. So. Jetzt wird der hier aufsteigen. Und der hier ebenfalls. Der allerdings auch. Und hier unten entsteht ein neuer. da. So. Und jetzt wird nämlich bei dem Part. Moment. Ich kopiere das wieder. Stand V. Das war hier. Okay. Der Pixel kommt auf jeden Fall weg. Der Pixel wird nach oben verschoben. Und der Pixel kommt hier hin. Oder auch nicht. Oder doch. Oder machen wir es folgendermaßen. Würde das passen, wenn wir das hier den Pixel weglassen. Der Pixel wurde dann auf jeden Fall nicht verschoben. Okay. Das hier oben passt auf jeden Fall schon. Dann müssen wir das hier unten auch bearbeiten. Weil dann kommt der nämlich hier hin. Und der kommt so hin. Aber ich hoffe, das passt jetzt. Sieht das jetzt besser aus. Wir probieren es aus. Nun ja. Sieht auf jeden Fall schon viel besser aus. Allerdings passt das mit dieser mit diesem Übergang überhaupt nicht zusammen. Bedeutet, wir werden auf jeden Fall Interpolate entfernen müssen. Das passt bei Items überhaupt nicht gut. Bei Rauch-Items, sagen wir es so. Okay. Wäre das besser? Kann man sich das so geben, wenn das dann hier so aufsteigt? Ich glaube, ein bisschen schneller müssen wir es schon machen. Frametime 2. F3T. Ja. Ich glaube, dass das so passt. Mich würde jetzt echt interessieren, wie ihr das hier so findet mit diesem Rauch. Oder ob das einfach nur stört. Kann ja auch sein. Also, ich werde das jetzt auf jeden Fall mal speichern und abschließen. Also, das hier haben wir dann sowieso. Das können wir schließen. Und dann haben wir hier Cooked Items und dann eben die MC-Meter-Datei und dann wäre das eigentlich geschafft. Okay. Ich werde jetzt einfach noch mal das gebratene Fleisch und das rohe Fleisch hier in Pen.net reinziehen. Und dann müssen wir das jetzt eben noch mal machen. Gut. Jetzt werde ich einfach mal das hier kopieren. 16 mal 16. Passt alles. Und dann kopiere ich das einfach mal hier rüber. Also, hier einfügen. Und dann müssen wir natürlich den Rauch noch entfernen. Komplett entfernen. Und dann können wir gucken, wie wir das jetzt machen. Ich werde jetzt einfach mal irgendeine Farbe nehmen. Damit ich mal die hier verwenden, also die löschen kann. Diese Striche, die brauchen wir jetzt eigentlich nicht mehr. Und dann könnten wir nicht direkt ein paar mehr Farben einbauen. Und dann machen wir nämlich das hohe Rennfleisch auf jeden Fall mit Farbeffekte. Also, hier bei Korrekturen, Farbton und Sättigung dann. Aber zuerst bauen wir einfach noch ein paar mehr Farben ein. So. Gut. Okay. Ungefähr so passt das, denke ich. Und jetzt könnten wir Moment, dann mache ich das lieber noch so. Okay, gut. Dann speichern und dann Korrekturen, Farbton und Sättigung. Und hier können wir jetzt nämlich mit dem Farbton ein bisschen rumspielen. Ungefähr so. Und dann müssen wir natürlich die Sättigung noch erhöhen. Damit das dann auch wirklich wie ein rohes Rindfleisch, äh, Rindfleisch aussieht. Sieht, glaube ich, schon mal nicht schlecht aus. Können wir eigentlich direkt lassen. Und hier können wir dann auf jeden Fall noch ein paar hellere Pixel einbauen. Damit das ein bisschen aussieht, es würde so ein bisschen Speck dran sein. Hier vielleicht noch. Und hier oben noch. So. Gut. Und dann gucke ich mir das mal im Spiel an. Und dann bin ich jetzt echt mal gespannt, wie das jetzt hier so aussieht. Also, ich habe ja schon das Rindfleisch. Ja, und das können wir auf jeden Fall lassen. Das sieht auf jeden Fall aus wie ein rohes. Also haben wir hier jetzt das gebratene Rindfleisch und hier dann dementsprechend das rohe Rindfleisch. Und die Farben passen auf jeden Fall alle gut zusammen. Also jetzt bei dem rohen Rindfleisch auf jeden Fall. Und hier haben wir dann eben noch so eine Animation eingebaut. So eine Rauchanimation. Ich kann mir auf jeden Fall sehr gut vorstellen, dass das einige nicht mögen mit dem Rauch. Und dementsprechend bitte ich euch, dass ihr einmal das gebratene Rindfleisch bewertet ohne Animation. Und dann die Animation vielleicht noch extra bewertet. Bedeutet, ihr sagt Rindfleisch, sagen wir mal, drei. Und dann eben Rauch, Doppelpunkt, drei. Also praktisch die Animation. Und dann eben noch das rohe Rindfleisch. Das ist einfach eine andere Farbe. Könnt ihr vielleicht auch noch extra bewerten. Also rohe Rindfleisch, drei. Als Beispiel. Also so würde das dann aussehen. Und dann eben noch das rohe Rindfleisch. Und ich esse das jetzt mal. So, also ich esse jetzt einfach mal das rohe Rindfleisch. Das würde dann ungefähr so aussehen. Und dann eben noch das gebratene Rindfleisch. Hier sieht man das jetzt auch ganz schön. Das Ganze. Ja, das wäre das Rindfleisch. Also bewertet es extra. Einmal Animation, einmal rohes und einmal gebratenes Rindfleisch. Und ihr könnt wieder für die nächste Textur abstimmen. Unten in der Videobeschreibung ist ein Strooper-Link oder bei meinem Kommentar. Schreibt mir auf jeden Fall Vorschläge in die Kommentare, was ich so als, also in die Abstimmung reinpacken soll, damit ihr das voten könnt. Lasst einen Daumen da. Und somit sage ich Ciao. Und bis zum nächsten Mal.